Sehr verehrte Damen und Herren, schönen guten Abend hier im Headquarter der Erste Bank am Petersplatz. Das Thema bei Exchange, dem Netzwerk für Kreative, ist heute raus aus dem Homeoffice, The World Outside. Liebe Kreative, für mich war das heute ein neues Erlebnis. Ich habe schon sehr, sehr viele Veranstaltungen hier in diesen Räumlichkeiten mitmachen und erleben dürfen. Heute war es anders, heute war es wirklich kreativer. Als sonst die Kameras, der Livestream, die Frau Dr. Leimüller, die mir sofort kreative Ansätze für Banken mitgegeben hat. In der Kreativwirtschaft ist vieles eine Frage des Vertrauens. Die Kreativität braucht sie als Grundlage. Ohne Vertrauen kann man nicht kreativ sein. Und wir wissen, dass der Titel dieser Veranstaltung durchaus eine Provokation ist. Letztlich geht es um zwei sehr sensible Dinge. Das eine ist, wie organisiere ich mein Geschäft? Welche Unternehmensorganisation habe ich? Und die zweite Frage, noch viel persönlicher, ist, wie ist mein Arbeitsstil? Aber heute kommen wir in den Genuss, auch in einer kurzen Keynote, Gedanken kennenzulernen, die auch kleinen Unternehmen sehr helfen können. Die Sache, was bin ich, wo will ich hin, strategisch anzugehen? Sonja Radatz, bitte um Ihren Vortrag. Dankeschön. Herzlichen Dank und ich freue mich, dass wir heute Abend so ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Ich habe so eine ganz seltsame Situation. Die eine, dass ich selbst ein Unternehmen leite, das begonnen hat mit einem Mitarbeiter. Mittlerweile sind das 18 Mitarbeiter und so alle zwei Monate kommt ein neuer dazu. Wir sind mittlerweile international tätig. Und das heißt, Sie haben am Tag nur 24 Stunden, die Sie verkaufen können. Und das auch nicht lange. Also eigentlich haben Sie bei einer halbwegs gesunden Lebensführung nicht mehr als 10 bis 12 Stunden. Und das ist eine natürliche Beschränkung. Und da muss man sich die Frage stellen, was mache ich mit meiner Zeit? Und da gibt es jetzt ganz viele Kreative und das werden Sie sich jetzt denken, müssen Sie gar nicht sagen. Ich weiß, ich nehme es schon vorweg. Die sagen, ja, aber ich weiß, ich habe nur diese Zeit. Aber wenn halt dann der Auftrag daherkommt, dann nehme ich den halt und dann wird das, was ich eigentlich immer schon tun wollte, dafür habe ich dann keine Zeit und das bleibt dann liegen und das andere ist auch liegen geblieben. Und irgendwie habe ich es auch nicht geschafft, in der Zeit fertig zu werden. Ein bisschen sauer waren schon die Kunden, vielleicht bestellen Sie auch gar nicht mehr. Aber so ist das halt, ich lasse mich doch als Kreativer nicht einschränken. Aber Sie haben nur die begrenzte Zeit. Und was ich erlebe, und das ist ein harter Weg, kein einfacher, ist ein harter Weg, zu sagen, Was kann ich wirklich gut? Wenn Sie nicht gestalten, das gilt im Privaten wie im Beruflichen, dann werden Sie gestaltet. Das kann man manchmal. Das heißt, ich lade Sie ein, aktiv zu werden, aber ich lade Sie nicht dort ein, aktiv zu werden, wo Sie unglaublich gut sind. Und das ist auf dieser Seite hier, da rede ich nicht mit. Da sind Sie, jeder von Ihnen, Experte und Expertin. Die meisten kreativen Leistungen der letzten zehn Jahre sind hier passiert. Hier, in der Organisation, in der kreativen Gestaltung von Prozessen, in der Verringerung von Zeiten, in der Antwort auf die Frage, wie viel Zeit brauche ich, um täglich genau das zu machen, was ich gern und gut und richtig gut mache und wofür ich bezahlt werde. Und wenn Sie genau wissen, was Sie nach außen wirklich wollen, dann können Sie beginnen zu überlegen, was Sie nach innen hin brauchen. Und wenn Sie sagen, meine Stärke besteht darin, dass mir jemand etwas erzählt, was er gerne hätte, und ich setze das sofort um in den großen Wurf. Und ich zeige das schon skizziert und sage, so? Soll es so sein? Und er sagt, genau so. Das ist unglaublich, wie Sie das erfassen können. Dann sollten Sie sich bitte nicht damit beschäftigen, dass Sie das 100 Stunden ausarbeiten, sondern Sie sollten sich mit mehr dieser großen Würfe beschäftigen. Und wenn Sie das tun, wenn Sie genau das tun, was Sie immer schon tun wollen, woran könnte es Ihnen im Moment intern fehlen oder mangeln? Sie sind kreativ. Und je kreativer Sie sind, desto genauer sollten die Menschen wissen, was können Sie bei Ihnen kaufen, was ist das Besondere? Dann erst definieren Sie den Rest. Bei uns 2002 war es die Idee von meinem Partner Stefan Leitner-Siedl und mir. Raus aus dem Homeoffice. Wir haben ein Unternehmen gegründet und sind vor der Situation gestanden, was machen wir? Arbeiten wir weiter zu Hause? Oder gehen wir raus? Machen wir etwas gemeinsam? Und wir haben eigentlich probiert, in einem Büro auf 20 Quadratmetern zu zweit zu arbeiten. Und irgendwie nach einer Zeit hat das nicht mehr funktioniert. Und wir haben durch ein Zuwahl eine alte Fabrik im zweiten Bezirk gefunden, im Kamelita-Viertel. Haben die ein bisschen adaptiert und haben eigentlich den Mietvertrag unterschrieben und haben uns da gedacht, okay, jetzt haben wir einen 30.000-Schilligen-Mieter im Monat. Was machen wir jetzt? Wir sind zu zweit und haben 500 Quadratmeter. Es war dann im Standort, haben wir einen ganz kleinen Artikel gehabt, Ali McBeal, und auf einmal 20 Leute haben sich sofort gemeldet und haben gesagt, wir wollen das auch. Wir wollen ein Gemeinschaftsbüro, wir wollen irgendwie gemeinsam etwas entwickeln. Und dann hat die Strategie bei uns insofern begonnen, als wir überlegt haben, wir wollen eigentlich einen Branchenmix haben. Ganz bewusst, einerseits keine Konkurrenzbildung, andererseits Wertschöpfungskette aktivieren. Also für mich ist das Schönste in unseren Unternehmerinnenzentren, wenn der Fotograf, die Fotografin mit der PA-Agentur, mit dem Texter zusammenarbeitet. Das heißt, man hat wirklich einen Mehrwert in der Community. Ja, der Hub ist ein Raum für Personen, die quasi innovative Ideen haben, wie man soziale, kulturelle oder ökologische Herausforderungen interessieren kann. Das heißt, wirklich Leute, die etwas verändern wollen in der Welt. Das geht von, wie kann man Kunst verwenden, um Integration zu fördern? Wie kann man nachhaltige Finanzierungsmodelle schaffen? Wie kann man die Akademie ja so gestalten, dass die zukünftigen Studenten quasi nachhaltiger agieren können im wirtschaftlichen Handeln? Das heißt, oder ganz pragmatische Beispiele, wie kann man die Open-Source-Technologie, die wir recht gut aus der Softwareentwicklung kennen, auf die reale Wirtschaft umlegen, um eben dieses Kollaborative mehr zu fördern. Das heißt, von Integration bis erneuerbare Energien, von Revitalisierung der Bildung bis hin zur Armutsbekämpfung ist eigentlich alles dabei bei uns. Ich möchte mich auch Sie alle herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich hier die Möglichkeit habe, dass ich auch ein paar Worte sagen darf. Und genau vieles, was heute schon gesagt worden ist, habe ich miterlebt und habe ich durchgemacht und habe ich durchmachen dürfen. Also für mich persönlich ist es so, dass ich einerseits wirklich Zeiten brauche, wo ich in Ruhe, konzentriert arbeite. Und das muss eben wirklich auch weg von daheim sein, damit es auch wirklich genau das ist, dass ich dort meine Zeiten habe, wo ich konzentriert, produktiv arbeite. Und dann gibt es aber auch wieder Zeiten, wo ich nach außen gehen muss und wo ich einfach Inspiration brauche und meinen kreativen Austausch brauche. Es gibt erstens derzeit eine Förderung, wenn man einen ersten Mitarbeiter anstellen möchte. Die Infos finden Sie auf unserer Homepage. Aber wir bieten auch einen Leitfaden zur Auswahl des ersten Mitarbeiters an. Weil das möchte ich wirklich unterstreichen, was die Frau Radotz gesagt hat. Wenn Sie sich dafür entscheiden, jemanden mit ins Unternehmen zu holen, besonders als Angestellten, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie sich den sorgfältig aussuchen und dass die Person Sie genau dort entlastet, wo Sie sich es erwarten. Weil sonst wird es wirklich ein Mehr an Arbeit und dann macht es für Sie keinen Sinn. Da gibt es wirklich sehr viele Angebote, auch von der Wirtschaftskammer, die ich Sie einlade, einfach kostenlos auch zu nützen. Ein großes Anliegen, was ich da habe, ist, den Menschen die Möglichkeit zu bieten, das dort zur eigenen Kreativität wieder zu öffnen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man sieht, Kreativität ist das ganze Leben eigentlich. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die Kooperation der Erste Bank, mit der Erste Bank, auch die Erste Bank braucht Partner und wir auch. Die ist schon viele Jahre sehr fruchtbar und es ist schön, dass wir immer gemeinsam Themen umsetzen können. Und auch zum Schluss noch sagen, diese Veranstaltung ist Part of Evolve, eines Förderprogramms des Wirtschaftsministeriums für die Kreativwirtschaft. Vielen Dank. Vielen Dank.